Make you happy. Das ist das neue Catering von der SBB und das testen wir heute von St.Gal auf Zürich. Man könnte meinen, es gibt irgendeinen Schützengarten im Zug von St.Gal auf Zürich. Gibt's nicht. So, Essen da. Da geht's ja schneller. Mit der Röstung wird's zwar besser, aber ist okay. Das ist ein bisschen baumig. Ah, danke schön. Produkteur. Ja. Wint der Tour. Tracht nicht gut. Ja, nein. Ja.